schnibbel die stadt und hallo video battlefield 4 multiplayer mit mir im elfkara und so und wochenende samstag und wochenende samstag ja es gibt keine anderen wochenend tage es gibt nur wochenende samstag ja joshi ist mir gerade hinterher gejoint und eigentlich wollte ich dann auf seine probierung gehen also er war russen ich war russer er war chinese er drückt ihm wechsel ich drücke team wechsel in den anderen team ist ja das nenne ich mal und und ja die runde ist schon gestartet ich habe schon einen neuen zweier statistik gerade wir wussten nicht ob wir die runde direkt schon aufnehmen sollen weil die hat halt schon begonnen aber so wie es aussieht ist das eine ziemlich große lange runde und daher habe ich mir gedacht ja komm haust du trotzdem die aufnahme taste rein und wir spielen übrigens golem und bahn eroberung mit ich glaub 48 spielern ja die spieler 58 sind es gerade sogar 64 man server und keine ahnung wo joshy gerade rumgurkt und dieses mal werde ich ja nicht sagen weil du mich dann töten würde was so wenn ich tot bin versuche ich zu zu switchen vielleicht wirst du aber auch deswegen warte ich erst mal ab ich habe doch gerade kugeln gehört ist das eigentlich ein hardcore-server nee und schonst du deine magazine nicht sehen wer war denn das der mich gerade erschossen hat zoom jetzt versuche ich mal zu wechseln team server team wechseln ja ich bin geswitcht welches bist du ich habe die schon gesehen du bist du ich hab nein ich lebe das stimmt ich bin gerade bei dir gesporen ja ah diese schienen dings ja da war ich gerade kugelhagel aua alter wo ach ja kannst ja nicht sehen lass mich doch einfach sterben wir behinderten kackgrüppeln ey ich war das ja lass mich sterben du behinderte kackgrüppel hast du gesagt ach so ja schön behinderte kackgrüppel lass mich sterben iiii in meinem team bin ich fast der beste auf unserem jetzt also bei den drüben war ich wenigstens mittelmäßig ja aua aua ich kann ihn gar nicht sehen da ist da ich bin schon tot super ich bin gespawnt und direkt tot gewesen keine chance ich liebe das wenn man spawn kill ist mag ich total gerne und so aua ich hab schon eine kugel abgekriegt während des runterfallen mit dem Fallstörmen echt ja ich hab nur 42 AP ich bin schon fast tot hey hier ist doch einer ich hab doch auf dem Radar gerade schon wieder was gesehen und hey wohin ich wollte nach B oder A ja gerne ich bin halt dieser Schweden 20 ist halt Squatch-Spinner oh ja Leute 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 Diablo 3 momentan ach ja die es wollen dann kommt Dark Souls auch ich bin mir nun nicht sicher ob 4er Folge wie sonst auch oder nur eine Doppelfolge weil ich bis jetzt noch nicht aufgenommen hab und es ist schon Freitag relativ spät und mit Battlefield Aufnahmen ist immer easy goi aber so Konsole aufnehmen ist immer ein bisschen anstrengender ist einfach unangenehm manchmal naja es ist immer unangenehm ein rechtes Panzer von dir er zielt auch genau in unsere Richtung gut dass er gerade irgendwie bescheinnt da er guckt ja und gerade angegriffen ich hab aber getroffen ja ich bin hinter die Dinger hier verschwunden da ist unser Heli in der Luft hier links könnte wir am Gebäude vielleicht sein oder am Gebäude ich hab doch eben auch mal da gesehen dass hier was ist ah da kommt was guckt zumindest was rüber im Haus ich lauf grad zu A wohin läufst du? ich lauf grad zum Panzer ach du willst ihn jetzt versuchen ne wow ne konnte ich nicht überleben ich wüsste ja von was von der MG4 toll jetzt habt ihr mich jetzt habt ihr einen Kill von mir gesehen und ich hab gerade mal ne ich hab in der Zeit schon 3 Tode gemacht beziehungsweise 4 jetzt ja das ist der Unterschied zwischen Aufnahme und nicht Aufnahme toll nur Hilfe bekommen irgendetwas hat mir meinen Tank hier geklaut na sei vor ich wohne gar nicht bei dir spawnen hä? wieso? keine Ahnung halt da stand doch irgendwas auf dem Server ohne Threat Leader Spawn aber eh bist du doch bei mir gespawnt ja bin ich auch bin auch grad auf dem Weg zu dir ja geil hinter mir die hab ich doch schon gesehen ach ich spiel übrigens wieder mit dem CZ äh ich find die Waffe inzwischen ziemlich lustig ja ich spiel halt Pio Leute ja ja Arketenwerverhalten genau ich möchte ein bisschen was gegen Panzer gegen die Bodeneinheiten mit tun nachvollziehbar ich will halt ein bisschen das CZ spielen und wenn ich Pio bin geht's halt nicht Alter der Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle Alter gehört mein PC nicht rumheulen ich aber das schneide ich dann hinterher immer raus beziehungsweise da mach ich man nennts Rauschentfernung das kann ich nämlich machen sowas zählt auch zu Rausch dieses Pfeifen im Battlefield ist zwar bei mir locker spielbar aber ich hab nicht so geile Häusedämmung und dann sagt man Pio hörst du mich? kommt schon mal vor sind schon so scheiße viele Häuser weggebrochen doch grad schon wieder was zerfallen zum Staub zerfallen gehört ach du bist mit dem Heli unterwegs bist du gestorben? ja der Jet scheint irgendwie euch anzuvisieren ey Leute ich kann den Jet gar nicht anvisieren mit Q ich sag was aber der wird nicht markiert vielleicht ist das auch mit 3D-Spotting gemein ne das wäre ja dumm wäre ja scheiße wenn ich kein Jet markieren könnte oh da kommt ein weiniger Panzer auf den hast du grad schon geschossen ich hab ja den ging aber eindeutig daneben hm ich hab auch gar nicht geschossen ich hab auch gar nicht geschossen ok hinter dir war ein Panzer direkt hinter dir ich hab grad den Raketentypen gekillt und du wolltest den LAV ja den bleib ich gerade an ja der fährt grad vor dir ja ich weiß der ist sehr nah vor dir ja ich weiß aber der sieht mich nicht der Idiot und jetzt hab ich keine Schüsse mehr Hilfe ja jetzt los aua ach ja leute hm wir sind halt momentan ziemliche Diablo 3 suchties naja das sind wir ja nur wir müssen halt sagen die Rifts keine Ahnung wieso aber wir haben bis jetzt noch keine tollen Sachen da durchbekommen ne das Gegenteil von gut waren die bis jetzt für uns also wenn ihr euch mit Diablo 3 auskennt sonst ist es schwer zu wissen oh Scharfschätze sonst ist es schwer zu wissen was ein Rift ist aber kein Thema also wir sind momentan halt wirklich hart am fack 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 hier sind drei Panzer mich nervt da der Scharfschätze Bist du grad gestorben ja weil ich nur noch drei AP hatte Mann ich hab den echt erwischt what the fack ich bin ich hab noch ein paar mehr Punk auf domination weißt können wir ja in der Sonntagsfolge machen wir fickle zu viele Panzer ein bisschen Natur ausgestiegen lol das ist passiert scheiße meinen letzten Kugel ganz ehrlich ohne Killcam voll scheiße ich hab keine warum hast du einen Zahlencode als Name der Typ hat einen Zahlencode als Name einer an unserem Spot GWR naja ist bestimmt sein CD-Kill gewesen oder so wie ich jetzt wieder nur noch Pistole habe warum ist eigentlich niemand Versorgungssoldat ich hab den Tank gekillt und das Haus gerade wurde gerade auch nur fast weggesprengt ich brauche Munition verdammt das Haus ist weg quietsch und da ist es weg boah kann sich einer von euch nicht töten lassen damit ich mal neue Waffen habe verdammt ey boah ich hab mich bis jetzt seitdem ich bin hab ich mich noch nie so aufgeregt gerade noch nie so laut ach du meinst seitdem wir Battlefield spielen aufnehmen ja oder seitdem du da in deiner neuen Wohnung bist aber stehst ja umgezogen hat der ein Schwein das ich mit der Pistole nur 5-6 mal getroffen habe ich bin auch gestorben da geht grad die Luzia ab ok Panzer Panzer Helis Infantrie alles mögliche ok bin bei B gespawnt komme halt nur mit Maschinengewehr wenn ich mal ein bisschen den Boden ausmerzen kann oder die mich ausmerzen je nachdem ich hab doch schon auf dem Radar gesehen dass sie hier ist geil ich mach momentan 2 Kills einmal sterben ne ich mach sogar weniger ach der ist schon tot scheiße man den wollte ich bla bla granata schwupp hinten bei C hab ich ein Jeep A B C ah ich seh schon ich seh schon nen Tank ach im Haus wusste doch der ist im Haus Mann wo im Haus bei B ja hinter B ja da bin ich gerade erschossen worden da drin lol hinter mir ist doch schon wieder ein feindlicher Panzer ich kann es doch schon wieder sehen ja bei B in der Nähe wird die Grenze halt geschossen vom Panzer ja ich geh jetzt runter zu C ich bin so gespawnt dass ich gerade voll auf die Fresse kriegen könnte vom Scharfschützen ich hab den schon hinter mir boah echt warte mal quer durch die Häuser laufen ja meine Katze ist sich voll am nerven die will hier nicht rein wenn die sieht dass ich am zocken bin warum lassen die Leute die dann immer rein oh Gott Katzen schafft euch nie welche an also die sind ja ganz knuffig und so ne also die sind ja ganz knuffig und so ne Alter ich bin schon wieder tot hier sind zwei Helikopter ich weiß die Fiste die Liga wie hinter der Spasten ja da sagt er was man jetzt kratzt hier wieder ein Haus zusammen wo bist du gestorben? bei B aber die Häuserdeckung zerbrüselt hier gerade ja gar nicht ich bin gestorben und hinter mir ist irgendwo ein Tank ne noch schlimmer LRB bei dir ist auch ein Scharfschutzig ich hab mich getötet ich hab mich getötet ich hab mich getötet und den Bedroht und den Tank seht ihr Leute ich bin momentan eher so keine Ahnung ich hab nicht so viel Luft aufbaut also gerade manchmal 12-10 war ich hab den schon zuerst gesehen aber ich musste über ne Kante springen ich hab 6-10 also reg mich nicht auf oh oh man ich spiel ne Runde Pio was hab ich denn dabei ah Anti-Air ah ah nimm sie nicht mit nimm lieber ist schon zu spät ich hab nicht mehr gewusst dass ich noch Anti-Air dabei hab fuck ich bin sowas von tot über die Trümmerteile sowas von tot ich hab noch 20 HP ich muss tot sein du musst einfach tot sein wieso lebe ich eigentlich noch komm Helikopter komm zu mir komm komm ich seh doch du alter der sieht mich auch ha Fahrzeug getroffen sag mal die Lebensregeneration ist glaube ich auf ne kann das sein eventuell ha Fahrzeug getroffen scheiße die Kopter hat er getroffen hat er getroffen hat er getroffen und Kopftreffer weggeschnipert hab'n Sniper kann man nicht ah ich muss wieder auf mein Haus von hier aus kann ich gut auf die in der Luft in der Luft ist grad nichts dort sich hier nichts mehr hin seitdem ich hier die Leute aus dem Himmel schieße ja also äh Lebensgeneration war jetzt bei mir jetzt nichts ausgleiche vor Garten und Bank oder so ich weiß nicht Alter da kommt ein Auto mit voll gepackt mit C4 angebraucht ich weiß da kommt verdammt viel Infantrie ja hinter mir vor mir überall ich bin grad einfach runtergefallen ich wollte da hochrennen und dann war die Treppe weg und puff bin ich runtergeflogen Alter ey langsam raste ich aus lass mich doch mal hier hoch das ist ja meine Fresse ich kann nicht mal mehr über W spawnen bei mir spawnen geht ja auch nicht ne richtig geht ja nur beim Sport wieder ich bin der einzige der hier oben ist ich krabbel hier grad über den Boden ich war doch wieder ein Heavy lol den hab ich gesehen mit dich krieg ich naja den zweiten konnte ich nicht kriegen ich hab grad zweimal denselben erschossen Game4Left er hatte aber auch kein Glück der Jung ich kann ihn gar nicht auf der rechten Seite sehen Game4Left Game4Left Mistinger nee ich nehm wieder meine ähm Sm nee die Smurf fand ich auch nicht MAAAN das ist doch nicht normal ja Battlefield wie es lebt und lebt weißt du ich sitze in meiner Ecke kein Arten auf dem Gegner um die Ecke tötet den Gegner wer sieht da natürlich richtig der Scharfschütze der anscheinend nur drauf gewartet hat dass da irgendwer in der Ecke liegt so schauts aus hauptsache ich bin der Letzte der kommt um den um den Panzer zu töten der Letzte also ich bin gerade frisch gespawnt schieß einmal bomben tot Wohin B oder A B oder A hat auch gerade einer geschrieben Nefkara und dann so Trauersmiley ja ich hab ich lauf zu A weil da sind Typen ich lauf denen gerade schmeiß doch deine Granate du Lappenkopf oh da kommt ein Panzer hey ich hab den Panzer gekillt ich hab Multikillt und ich hab noch einen Kopftrefferbonus und ich hab noch einen Kopftrefferbonus und ich hab noch einen Kopftrefferbonus Hilfe war eigentlich meiner ja mir ist halt egal direkt vor dir müsste der sein ja der ist da in den Ruinen glaub ich da kommt doch was ja dahinter Alter ich kann durch den Qualm nichts mehr sehen ich auch nicht ich hab gerade jemanden schießen sollte ich wette das machst du ne nein ich hab nicht geschossen ich hab ne Granate geworfen da schießt da jemand ich bin das aber nicht jo da kommt ne Granate Aua die haben mich fast umgebracht ich glaub hinter dem Tank entlang und wand also ok eins muss ich jetzt sagen ne Goldmutsbahn macht gerade echt Spaß ich fühl mich nie im Krieg weil ich hinter dem Tank Deckung buche zum Beispiel weiße ich lieg hinterm Haus und meine Wunden sind zu groß ich trau mich nicht mehr nach vorne Alter hat der mich mit zu viel gekillt der hat mich mit zu viel gekillt weil ich zu nah am Tank stand scheiße Alter ich hab 4% HP ich sterbe wenn ihr mich hier was sieht ja da bin ich auch tot ich bin dritter von uns dritter jetzt habe ich 1712 Mist aber die Gegner haben gleich verkackt ja so hier die Map fühlt sich schön nach Krieg an wie gesagt ähm Premium hole ich mir diesen Monat habe ich ja glaube ich in den letzten Folgen auch schon mal gesagt Boom wir wieder ein Tank zerstört Recher K 230 Punkte und Flaggen einnehmen kann ich nicht hier sind zu viele ich weiß aber nicht wo ich bin hier alleine kommt hinter dir kommt hinter dir scheiße ja killhilfe dank mir ich war das gar nicht nein nur ich hab doch gar nicht geschossen ich bin doch nur durchs Gebäude gehüpft ja wir haben momentan mit der MTA Leute und das ist halt so die ist eigentlich nicht schlecht die schießt schnell hat sie aber keine großartige Reichweite das heißt ey ich hab mich doch hingelegt Mr. Vornblick bitch no killcam no spotting Team Bischof es hat Wasserburg gerade geschrieben Mann du Mann Fickgesicht ich habe mir viel schlimmere Sachen überlegt gehabt zu sagen Boah ne die MTA ist auf dieser Entfernung geht das nicht Mann treff den war da eine unsichtbare Wand vor dem oder was gesichtsabweisend kugeln abweisend sich mit Müll besprüht Alter du siehst tot aus ziemlich tot oh direkt vor dir 3 Stück Granaten und da haben wir gewonnen geil ich hab doch überlebt ich hab doch reingekillt 15 15 19 13 yo Leute das war das Substags Match und wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr Domination genau haut rein ciao ciao ciao